Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Voxel Tycoon. Ja, wir haben in den letzten Folgen, haben wir hier so ein bisschen die Schienensysteme aktualisiert und verbessert. Was ich mich heute gerne dran setzen würde, ist das hier zu einem richtigen Holzumschlagplatz für alles zu machen. Also wirklich alles. Wir werden hier jetzt planieren anfangen. Und dann sozusagen den ganzen Holzaustausch, wie wir es hier gemacht haben, dass du hier drin die Produktion hast. Nach der Innen verlegen, weil das ist eh alles hier eigentlich angeschlossen, dann können wir das Abreißen anfangen. Und wir haben ja hier die Latten eigentlich produziert, dann werden die Latten von oben nach verteilt, genauso wie hierher gefahren mit dem Zug. Und wir haben eine genug große Produktion. Außerdem können wir uns das leisten, weil wir haben eine gute Produktion mittlerweile. Und von daher würde ich sagen, ist das gar nicht mal so doof. Wir ebnen jetzt hier erstmal das Gebiet aus. Und ja, wir ebnen wirklich fast alles. Also der ganze Bahnhofsbereich wird ausgeübnet. Oh, das ist ja tiefer, ne? Der Bahnhof ist ja tiefer. Kann ich reintüren? Das interessiert mich gerade noch. Dann würde ich nicht mal schnell die zwei noch löschen, ja? Ich will alles auf einer Ebene haben. Das ist jetzt... Ich will das ordentlich machen. So. Und daher können dann hier zum Beispiel... Warte mal, wo ist denn hier die Produktion? Sägewerk. Und jetzt testen wir gleich mal, wie es mit dem Anschließen ist. Verbinder. Der funktioniert da perfekt. Dann können wir gleich noch ein paar Sägewerke platzieren. Wir wollen hier doch eine volle... Okay, bis hierhin ist dann das geeignete Vorkommen, sozusagen. Dann werden wir hier gleich mal einen Anschluss machen. Ein paar Verbinder setzen. Wie die genau sitzen, ist ja jetzt tendenziell eigentlich nur wurscht. Und Förderbänder hier erstmal anschließen. So. Die müssen wir natürlich umdrehen. Jetzt passt schon. Den muss auch so, und den muss auch so. Das sind jetzt zum Beispiel zwei unserer Verarbeitungsstellen. Ich will hier dann Lagerplätze haben. Bedeutet, wir brauchen hier Lagerhäuser. Unser Große. Für alle Holzprodukte, die man haben könnte, wie jetzt hier so viel Holzträger oder die Holzbretter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wieder hier auf Holzbretter... Wo waren die Holzproduktion? Lagerhäuser Verarbeitung. Kreissäge. Jetzt haben wir zum Beispiel die zwei Kreissägen. Was war das für ein Haus? Das war das für die Stämpen hier. Dann gehen wir erstmal hier mal die Produktion um. Dann brauchen wir hier einen Verbinder. No, 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 stop. Das war nicht der Plan. Und dann hier anschließen. Und logischerweise produzieren jetzt die beiden hier uns natürlich die schönen Träger. Die Träger kommen dann hier rein, können dann hier gelagert werden und sollen dann per Zug hier abgeholt werden. Was ich jetzt gerade überlege, ist, ob wir dann nicht vielleicht euch beide nach hier oben rausziehen. Die Flow-Richtung hier mal umdrehen. Und dann reißen wir das hier ab und dann können wir hier noch ein paar hinsetzen. Das ist, wenn wir die hier so hin verteilen, das hier fließt es hier rein, die verteilen sich hier drum und gehen dann hier rein. Das ist gar nicht doof. Warte mal, wir können mal hier abreißen. Dann brauchen wir hier Produktionen. Productions. Wo ist denn die Verarbeitung? Was soll ich denn jetzt hier wurscht, wo oben die stehen, ne? Hauptsache sie produzieren das, was wir brauchen. Und zwar genau in die Gegenrichtung. So. So. Und anschließen. Jetzt verteilt sich das natürlich, weil da ist ja alles bummvoll. Da könnte ich gleich mehr so sogar platzieren. Hm, 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 hm. Dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Und wie gesagt, wir müssen das eh wahrscheinlich dann irgendwann umplätzen, dass wir sagen, eine Reihe getieren, eine Reihe getieren. Und dann zieht sich das unten durch. Das wird eh wahrscheinlich dann eher die Zukunft sein. Ein Holzlager-Terminal wird dann auch nochmal, da tun wir auch nochmal ein Lagerhaus hier platzieren. Das nimmt Holz auf. Jetzt ist ja die Produktion schon dementsprechend schön. Also sie hält sich gut auf jeden Fall am Laufen. Ein bisschen schneller geht sie wahrscheinlich noch. Da können wir wahrscheinlich aber dann noch hier ein. Das locker hinstellen, oder? Ja, perfekt. So wollen wir das. Umdrehen erstmal beide Richtungen. Anschließen. Anschließen. Und Holzträger. Per-fekt. So wollen wir das. Wann haben wir alles lokal an einer Stelle stehen? Bedeutet, die Holzproduktion kommt direkt aus dem Holzlagern. Und nirgends anders her. Was es natürlich sehr produktiv macht, würde ich sagen. Hier sind jetzt 30 noch, hier sind 29. Das Ding ist bummleer. Das wird eher dann das Problem werden, dass die Holzproduktion halt nicht ausreicht. Was ich jetzt zum Beispiel hier machen würde, ist, dass wir sagen. Okay, Verarbeitung. Nochmal hier anfangen. Kann man nicht irgendwie sagen, okay, warte mal mit Alt, dass ich dann mehrfach mal mit Shift. Schön. Schön. Das wollte ich. Perfekt. Natürlich jetzt genau in die Gegenrichtung. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Was wir jetzt aber machen, ist im Grunde nope. Von hier nach da zu verteilen. Von hier nach, na, da muss man aber auch von hier nach da verteilen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder umdrehen. Weil es sind so ein paar Stückchen, die in die falsche Richtung gehen. So, und da kommt dann ein Verbinder dran. So, perfekt. So, und dann verteilt sich schlau auf die ganzen einzelnen Stellen. Und sollte hoffentlich die Produktion dementsprechend anpassen. So. Hier sind wir schon voll. Oh, der Bahnhof ist rein theoretisch, aber schon langsam zu klein. What the fuck. Okay. Das ist unerwartet. Jetzt sehen wir jetzt, langsam füllt sich das auch wieder auf. Dann tun wir jetzt ein bisschen normal mit der Geschwindigkeit. Was ist jetzt los? Ah, da hat er sich umgedreht. In andere Richtung. Voll Speed. Dann teilt er sich auf. Oh, 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 da ist was in die falsche Richtung. Warum auch immer das in die falsche Richtung geht jetzt so. Und jetzt steht natürlich die Produktion ein bisschen bald. Aber es fließt. Solange es fließt, ist ja gut. Fließen muss es. Das ist wichtig. Wenn es nicht mehr fließt, dann mache ich mir Sorgen. Aber da kann man dann sowas zum Beispiel machen, dass man sagt, man nimmt zwei Richtungen an. Oder zwei Einzelpunkte. Holzträger. Ja, genau. Jetzt können wir nämlich dann sagen... Ähm... Du bist Holzträger, ne? Du lieferst Holzträgerchen. Lass uns mal weiterlaufen währenddessen. Wir führen währenddessen einen neuen Holzträgerzug an. Wo ist denn der Depot? Neuer Holzträgerzug hier. Du kriegst eine der modernen Züge. Was kriegst du? Du kriegst das Teil hier. Ich finde die immer toll. Da kommen dann die dementsprechenden Wagen dran. Machen wir wieder so eine 111, 120er Lok. Sollte ja locker reichen. Äh... Was ist denn da länger? So. Kaufen. Kriegt jetzt eine individuelle Route. So. Da geht dann... Halt hinzufügen. Hier laden. Halt hinzufügen. Wo ist unsere Station? Hier unten. Hier entladen. Warte mal, hab ich jetzt den richtigen? Ich hab den Transportbahnhof ausgewählt, ne? Passt. Perfekt. Ach lol, ich kann mir sogar sagen, welches Leiste was. Oh lol, das geht auch. Okay, das ist natürlich geil. Man könnte sozusagen auch sagen, auf welche Gleise sie fahren dürfen. Das ist... Ne geile Sache. Oder wenn du Durchfahrgleise hast, nimmst du das nur für Durchfahrzüge. Und ansonsten für... Für... Kopfbahnhofzüge. Das finde ich geil. Ne, warte mal, ich wollte ihn dann noch hier auf Details einstellen. Was? Du bist Plankenland, ne? Planke. 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 Bevor er irgendwas anderes anfängt zu laden, will ich, dass er die Planken hier lädt. Planke und Planke. Holzrahmen nach Forschung. Okay, möglich. Ach, jetzt wartet er, weil er hier drauf hat. Perfekt. Aber der ist kürzer, kann das sein? Der ist kürzer wie der Rest. Sechs Waggons. Der hat acht Waggons. Okay. Ja, sonst geht er ins Depot zurück und wird nochmal aufgefüllt. Da kommt der Transportzug. Jetzt füllt der sich mit Latten auf. Die Produktion geht direkt nach. Alter. Wir brauchen bessere Züge. Der fährt jetzt dann aber hier rüber, ne? Ja, nice. Ab durch unseren Tunnel und da kommt der andere. Du, wir machen jetzt nicht mal eine Umwandlung. Pärchenzweckabzweigung, das ändert sich. Neuer Zielort zum Laden. Unser Riesenbahnhof hier oben. Rein theoretisch müsste der jetzt in die andere Richtung fahren. Jawohl. Megacool. Er hat es auch abgeliefert und somit wird die Produktion natürlich hier erhöht. Und das ist cool. Das ist cool. Das ist jetzt natürlich dann unnötig. Und der Grundförderband wurde vernichtet. Wir reißen langsam alles ab. Wir sollen noch die letzten Reste hier verarbeiten. Das reißen wir. Wir reißen das einfach ab da. Da kriegen wir so ein Plus, ein gutes raus. So, fertig aus. Die Latten, die braucht keiner mehr. 12.000 kriege ich da raus. Easy peasy lemon squeezy. Die soll er jetzt noch verkaufen, schnell. Reißen wir den Rest auch ab. Der ist natürlich jetzt bummvoll. Jetzt ergibt das auch alles keinen Sinn mehr. Bedeutet, wir können einen... Zum Beispiel unseren Freund hier sagen, Details, Duell werden das jetzt auf Holzbalken. Und so können wir nicht langsam jetzt wirklich alles ändern. Und dann kriegt er hier eine individuelle Route. Halt hinzufügen. Du tust hier laden. Halt hinzufügen. Und hier entladen. Okay. Oh Gott, jetzt geht das hier los. Oh fuck. Fuck. Weiß nicht mal, welcher Passagierzug das jetzt war. Fuck. Oh no. Das war einer meiner Planken-Zuge. Kann das sein? Oh Gott, ich hab einen der Planken-Züge gerade vernichtet. Oh, uncool. Ich hab jetzt ja so viel Holztüge auch immer noch. Das ist natürlich der andere Teil. Wir müssen hier gucken, dass hier die Planken... Oh, im Lager sind immer... Ja, das Lager ist immer noch bummvoll. Aber langsam wird das hier auch leer. Aber dann wird das auch schon. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Aber Leute, ich würd sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Aber dann. Everything changes. Outro